Hallo und herzlich willkommen hier auf der Sandigen Schlucht bei eurer Mutterbande mit den natürlich den Mutti Bär und mir, euren Rob auf, habe ich schon gesagt, gegen Dark Shadow und Souls. Da war noch Zufall, ne mal gucken. Diesel Map, auf Diesel Map. Cheesy Map. Schicken wir einmal den ganz frühen Scout. Der ganz, ganz frühe Scout. Weiß ich nicht. Terana, Ergon. Terana, ja sowieso. Kann Terana Zeck sein. Ich mach trotzdem meine Base dicht. Ich bin mir nicht so sicher, ob's das ist. Wir brauchen mehr Mineralien. Los, los, los. 150, 150, 450. Hier ist der Rano. Er hat noch keine Barrack, kann noch keine setzen, weil ich im Weg bin. Ich komme. Lass ihn nicht setzen. Jetzt den anderen. Den einen kriegen wir. Oh, den anderen. Ah, jetzt kriegen wir keinen. Ah, da baut er die Barrack jetzt. Ich hau einfach ab. Ach, shit. Wir haben so viel gespielt. Wir wissen nicht, was der andere ist. Das wird nischt. Der andere ist Zufall. Mhm. Auf jeden Fall hat er die Barracks delayed. Das ist schon mal gut. Da können wir auch einen Doppel-Debt-Push machen. Wir brauchen mehr Mineralien. Wir brauchen mehr Mineralien. Wir brauchen mehr Mineralien. Ich will einfach Into Baneling spielen. Into Baneling. Kann man nicht falsch machen mit Baneling. Wird doch schon... Jetzt will ich grad noch ein... Noch ein Gate bauen? Nee, hier. Pylone bauen. Kann man die noch haben, ist man die Supply Block. Ja, doch. Das ist zu früh. Viel zu teuer. Also der wird jetzt noch nicht Licht haben, ne? Ja, der wird vorgeflogen sein oder hat vielleicht noch ne Barrack gesetzt. Ja, wenn der vorgeflogen ist, dann... Wir werden es trotzdem probieren, oder? Ach, was machen wir? So, Adepten produzieren. Gas hat auf jeden Fall genommen jetzt. Geh mal vorgucken. Ach, ein Reaper bei mir. Der andere ist auch Tehran im Übrigen. Okay, Doppelcarat. Los, der bleibt. Ja, da kommt er nicht durch, oder? Der ist offen, ja. Kommt nur Reapall. Kommt nur Reapall. Komplett Reapall all in. Vorwärts. So soll es geschehen. Ich muss auf jeden Fall aufs Speedboard, sonst bringt das bei mir nicht. Nein, die soll ich es nicht bekommen. Ich hab aber drei Adepten jetzt da reinkommen mit. Jetzt habe ich Speed. Wo willst du hin? Die sind zu. Die sind zu. Die Reapall sind zu viel. Ich kann Bainlinge machen. Dann warte mal kurz auf deine Bainlinge. Ehre den Dailan. Wurzeln mit der Echse. So, ich gehe jetzt. Reapall oder Painlinge. Komm. Ich musste den Dings töten. Der Marauder bin ich mir wohl. Ja, hier ist noch ein Marauder. Ich kämpfe mir nicht mehr. Es sollte doch jetzt mal reichen, dass wir mal genug vernichtet haben, oder? Eigentlich müsst ihr alle weg machen. Wir müssen zurück. Ja, ich habe schon die Robo. Ihr habt nicht gelüten Mineralien. Na? Ihr habt nicht gelüten Mineralien. Jetzt müssen wir auf jeden Fall Truppen bauen. Ich fange gleich mit dem Sterblichen drüber. Erneut die neu weg. Ich hab auf jeden Fall nicht Florenen verloren oder Base-Dig. Na, Veteranen das ist immer so ne Sache. Müssen wir auch immer nochmal nachsetzen. Vorher bevor die Base dicht ist. so nicht unsterblich ist da wir können noch mal drauf warten auf ihn noch da ist ein scout das ist auch so schnell da kommt ein reaper kommt alles kaputt was von uns dann gehen wir die andere base du siehst ja nichts sie schießen nicht mehr naja ich gehe unten lang hier ist offen rager zugemacht dann komme ich runter ein boomling tun sollen wir gut jetzt gegen doppelterrainer so stressig aber gut diesmal die waren bestimmt nicht meister doch doch ja ja als für meister dreimal gereicht sehr schön eine rosen einundzwanzig mal meister im 1.1 das hat schon was zu bedeuten das bedeutet auch nicht was wenn du es dir eins und einundzwanzig mal ist echt hart wir haben früher was einmal schaffen einmal in unserem leben einmal dann sehen wir uns in der endcard bleibt uns treu genau das ist ein tschüss und das sind wir uns in der endcard endlich mal ein sieg gegen doppelterrainer wir haben endlich mal unseren hass fein besiegt ich würde sagen wenn es euch gefallen gibt uns gerne einen daumen nach oben wir haben nichts verpassen wir können natürlich wie immer kostenlos unten links abonnieren vergesst nicht die glocke anzumachen sonst bekommt ihr nicht mehr unsere benachrichtigungen wenn ein video hochgeladen wird da ist irgendwie gerade ein bisschen was verpackt bei youtube dann findet ihr wie immer oben rechts unser stuffer projekt und unten rechts ein so anprojekt bis dahin zum morgen wieder ein und tschüss eure modi mann ein